Hi Leute, beim letzten Mal haben wir hier aufgehört, weil wir es schon zu lange gemacht haben und haben uns einen... Moment, ich muss nachschauen... Genau, die Munchpadrocken, das braucht man zum Aufrüsten auf Level 10. Von den Waffen und ja, das habe ich ja auch fast schon dieses Level... Moment, wo sind wir hier jetzt? Muss ich wieder auf die Feuerfähigkeit oder was? Oder muss ich da überhaupt nicht hin? Schauen wir mal nach, wenn wir nichts zu verlieren. Also explodiert das Drecksding gleich. Also bitte danke. Ich glaube das ist nur zum Zusatz. Dankeschön. Und ich frage mich auch schon die ganze Zeit, seitdem ich... Ähm... Ja, wieso rennt der? Das nervt mich so. Sie kann nicht schneller laufen. Nein! 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 Nö, 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 nö! Kann sie nicht. Es gibt... viel zu verarbeiten. Ich musste vieles aufgeben, um voran zu kommen. Okay. Es fühlt sich an... wie ein Verlust. Ah, da sind wir. Sogleich aber habe ich mich verändert. Verändert? Es ist... schwer zu sagen. Aha. Also hier sind wir jetzt rausgekommen. Ah. So wollt ihr spielen. Kann er das damit... gut. Gut. Oh, du bist hinüber. Ja, Fulgram. Schon lange nicht mehr gesehen. Jetzt lag das. Okay. Wie du willst. Das Ding nervt mich eh. Uh. 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 Hey. Danke. Oh. Scheiße mit Dinger. Das ist nicht... Das ist nicht okay. Aber das ist... Ah. Das war jetzt... Hm. Gut. Naja. Bam. Gut. Die Gegner gibt es nur ganz selten witzigerweise. Dich... Bist... Wenn da nicht dein Freund wäre. Den wir sich jetzt beide besiegt haben. Das war ein gut... Das war cool. Ah. Okay. Da geht es auch noch weiter. Ich finde es gerade voll interessant. Ich meine ich glaube das ist nicht der Weg wo wir hin müssen. Deswegen werden wir uns gleich ähm... Ja. Ah. Werden wir uns gleich... Zurück... Teleportieren. Du lass mich jetzt bitte in Ruhe. Ah. Okay. Mach du. Wo sind wir denn hier gelandet? Ah. Bei so einem Lämonen oder... Ich weiß ja nicht was das... Ah. Ratte. Ah. Das ist mir egal. Den locke ich jetzt einfach raus. Du blöder Bogenseeschütze. Ja. Hau mich. Zu langsam. Zu langsam. Und zu schwach. Und du da oben brauchst dich hier gar nicht... Hier. Alter. Einmischen. Bitte. Die Waffe haut rein. Diese Waffe haut so richtig rein. Schauen wir uns... Jetzt haben wir das mal frei gemacht. Jetzt möchte ich mal hier hoch. Ich finde die Waffen... Richtig nice. Wenn ich ehrlich bin. Hier ist auch noch Loot. Aber eigentlich wollte ich hier hin. Hätte ich eigentlich gleich machen können. Weil... Der hat mich eh nicht... Der hat mich eh nicht gesehen. Also... Von dem her... Wo kommen wir da jetzt wieder hin? Wieder hoch anscheinend. Hmm... Schauen wir mal. Da waren wir auch noch nicht. Und wieder wohl rein... Ah nein. Da... Da war ich aber auch noch nie. Alter. Da war ich aber auch noch nie. Okay. Jetzt hole ich mich... Dich hier oben. Ah... Sind sogar zwei. Sind sogar zwei. Okay. Dann holen wir uns den anderen auch noch. Und dann geht es da drüben weiter. Und dann gehe ich zur Vollgrenzung zurück. Oh... Drei Schläge. Das ist wirklich... Nicht viel. Was ich von den... Dings brauche. Jetzt war ich zu langsam. Geht doch. Bam. Bist du jetzt endlich tot? Danke. Uh... Das... Was haben wir hier denn Schönes? Oh... Was zum Auf... Leveln. Was... Wo sind wir denn hier? In die eine Welt zu der anderen. Das ist schon langsam wichtig... Richtig, richtig cool. Ich bin neugierig wo wir hier rauskommen. Hm. Hä? Hä? Wo sind wir denn hier? Ah... Hier sind wir rausgekommen. Ja gut. Das trifft sich gut. Weil dann können wir weiter zur nächsten Welt. Okay. Ich denke hier zwei von diesen netten Herren, die was mich begrüßen. Einer mal einer nach den anderen. Bitte wäre ich euch sehr verbunden. Aber ihr müsst leider sterben, seit wir im Weg. Die lassen wenigstens immer was fallen. Safe. Haben wir hier noch irgendwas versteckt? Oder irgendeine Überraschungen? Nein? Gut. Gut... 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 Dann gehen wir hier mal weiter. In die nächste Welt. Also haben wir uns nicht einmal zur Wulgrim zurückehmen brauchen. aber ich finde das von der welt her dass sie das die orte so gut verbunden sein ist es er verhindert mich sehr stark den ersten teil von dark souls vielleicht kommt der als 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 old screw cool let's play habe ich mich versprochen als vielleicht weiß ich noch nicht aber das könnte schon sein dass ich das mache weil es war ein richtig cooles spiel finde ich was ich auch durchgespielt habe also bitte runter doch okay danke die frage wo wir hierhin habe ich hätte das auch gereicht wo wir hier hin müssen oder wir machen das jetzt aber dann hat er kann zum glück kann sie unter wasser schwimmen nach perfekt und hier haben wir schon unseren lieblings dämon alter das gibt es doch nicht wieso ich muss wirklich mal schauen wieso das immer legt oder habt ihr diese probleme auch hin und wieder ich war weil vielleicht liegt es nicht an mir sondern am spiel weiß ich ja nicht aber ich schätze es liegt dann an mir gehen wir mal davon aus aber ja wird dann wie immer mal gesehen naja das schauen wir mal ob es mir spaß macht alter jedes mal sagt das gleiche das nervt mich schon langsam machen okay gut hätte ich gesundheit machen können ja nicht wohl vorher ist es ist okay da müssen müssen wir leider die violette kraft haben also dass den boss kann man erst ganz zum schluss machen ja dieser ort fühlt sich vertraut eine der sind ist in der nähe wir haben noch eine rechnung nicht mehr lang jetzt mal zurück jetzt mal zurück wieso ist das jetzt aufgegangen aber ja ist okay kommst du hatte steckt wie nett die narbe was bist denn du denn bitte auf dich muss ich gehen gut schon verstanden das hat keinen sinn mehr gut 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 ja was wollte ich noch sagen stimmt wo geht es denn hier weiter nein also in diese kraft Ah, hier geht es noch weiter. Das habe ich schon übersehen. Perfekt. Ah, stimmt. Darf ich nicht zu lange oben bleiben, sonst komme ich in die Fähigkeit. Dich will ich dabei noch nicht, ich möchte dich mal besiegen. Ach, dass ich runterfalle wieder. Ach ja, ich wollte meine ganzen... Nein, das mache ich dann, wenn ich Fulgram wieder sehe. Flick. Macht auch nicht schlecht Schaden, muss ich echt sagen. Ich glaube, dann muss ich wieder auf die Eis. Fuck! Okay. War echt zu langsam. Gut, das trifft sich dann eh gut, weil dann kann ich hier meine ganzen Klumpen verbrauchen. Was ich ein paar Level noch machen kann. Oh, die sind aber nicht schlecht. Da findet man nicht wenig Seel. Gut, gut, gut. Das hat mir jetzt wirklich Spaß gemacht, Fulgram. Da gebe ich dir recht. Gut. Ja, sie werden schreien, nichts werde ich mich rächen an denen. Keine Ahnung. Dann schreien ich dir. Ziff Oh, hat er Gut, gut, gut. Oh, das... Alter, macht das viel Schaden. Bitte, bitte, bitte. Verdammt doch mal, das gibt's doch nicht. Kann's ja doch nicht geben. Das war das zweite Mal jetzt schon. Muss ich aber leider besiegen, die sind mir im Weg. Gut, die haben wir mal erledigt. Jetzt möchte ich dich noch bitten. Gut, 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 gut. Die kann, also die kann nur normal springen. Möchte ich aber gern mal... Bin ich in die Ecke getrennt? Das ist nicht so gut. Perfekt. Die sind ja auch cool, lieber. Oh, jetzt hab ich's geschafft, endlich. Das war zweimal sehr dumm von mir. Gut, gut. Und wenn's das... Ah, wenn wir mal meine Lieblingskäfer... Die blocken auch noch. Gut, aber von hinten kann man sie... ...ganz gut töten. Das trifft sich gut. Ah, das ist alles. Ah. Ich hab mir gar nicht noch aufgefallen, weil... ...anscheinend... Gut, machen wir diesen Gegner noch. Gut. Ein Schlag und der war tot. Und ich sag jetzt nur mal danke, dass ihr eingeschalten habt. Und beim nächsten Mal werden wir bei der Narbe weitermachen. Ciao.